Josef hat einen Rotenstuhl. Wieso? Der war ja gerade. Was soll das? Kommt der jetzt jede Woche? Näheres erfahren Sie in Kürzheim. Herzlich willkommen bei einer neuen Folge von Auf dem Roten Stuhl. Ich glaube, es ist ein gewisser Erklärungsbedarf vorhanden am Anfang, weil meine Stammseher werden jetzt ziemlich große Fragezeichen über dem Kopf haben, weil es ist relativ ungewöhnlich, dass ich einen Gast in so kurzer Zeit gleich zweimal hintereinander habe. Aber die Freude ist wieder groß. Josef, Vater, Servus, Hello again, kann man sagen. Ja, und es ist nicht deswegen, weil das Gespräch so schlecht gewesen war. Ich hoffe doch. Nein. Also ich kann dir wirklich sagen, anhand der Kommentare, wirklich jetzt, haben wir, also speziell du natürlich, sehr gut abgeschnitten. Wenn das so ist, dann darf ich das ausnahmsweise mal lesen. Ja, haben wir ja behandelt mit Kommentaren lesen, dass du das nicht oft machst. Aber frei nach dem Motto, es ist schon wieder was passiert, Film Insider kennen Sie jetzt aus, treffen wir uns heute in der Emotion des ersten Gesprächs, weil wir wirklich gesagt haben, es hat uns so Spaß gemacht, extra für Andrea lässt sich scheiden. Das soll heute unser Thema sein. Danke. Ja, voll gern. Ich darf auch danke sagen, dass du wieder so Lust gehabt hast, zu kommen. Ich meine, die Wahrheit, die zweite wirkliche Wahrheit ist, der Josef hat sich beim letzten Mal von mir eine Tabakia ausgeborgt. Ja, stimmt. Und das war eigentlich der Hauptgrund. Weil ich so eine gute Mölspeis gekriegt habe bei ihm, und ich habe es nicht gleich essen können, weil ich nichts sehe am Vormittag. Das Schlimmste ist, dass er es aber heute vergessen hat. Ja, jetzt müssen wir noch ein Gespräch machen. Ja, weil es mir nicht unsympathisch erscheint. Also wir kennen das im Monatsrhythmus gerne. Super. Jetzt war die Serie auf dem roten Stuhl die Serie. Josef, wir reden über Andrea lässt sich scheiden. Das ist ja gerade ganz ein großes Thema. Bei dir beginnt jetzt ein unfassbarer Interview reigen. Ich bin noch frisch. Wenn man an den Ursprung einer Filmedie zurückgeht. Wie fängt das bei dir an? Wie kann man sich das vorstellen? Das fängt auch mit einem Schreibbüchel und einem Füllfeder. Aber ich schreibe gerne mit Füllfeder, weil ich da ein schöner schreibe. Das kann ich dann leichter lesen nachher. Und es fängt immer so an, dass ich bei dem Buch habe, auf der einen Seite, wo dann wirklich die Geschichte drinnen steht und auf der Rückseite stehen so theoretische Überlegungen, wie das werden kann. Und ich schreibe auf die Rückseite am Anfang ganz viel eine, wenn man sonst nichts einfällt. Ich schreibe immer eine, was soll das werden einmal. Und dann steht da drinnen in dem Fall nach der Stadt, nach einem Film über die komische Bobo-Blasen in der Stadt, würde ich gerne einen Film machen über die seltsamen Landmenschen, weil ich die auch gut kenne, weil ich bis zum 20. Lebensjahr dort tue. Und dann ist, glaube ich, gleich dringestanden, einmal eine Komödie machen, wo am Anfang ganz was Orges passiert, was nicht lustig ist. Also das heißt, die Grundidee ist gar nicht eine konkrete Idee von der Geschichte schon, sondern eher einmal sehr allgemein formuliert. Bei mir? Ja. Also es gibt Kantander, Genieste, aber ich komme eher über sowas zu einer Geschichte. Wir waren ja beim letzten Gespräch, zu meiner Überraschung, haben wir das Thema behandelt, dass du teilweise sehr theoretisch auch bei deinen Kabarettprogrammen an die Sache herangehst. Am Anfang? Am Anfang, ja. Dann hoffe ich nicht mehr. Irgendwann kommt der Moment, wo du so in einem Flow drinnen bist. Und dann ist eigentlich Schreiben sozusagen wie Lesen nur viel geiler. Weißt du, wenn dir ein Filmrohr rennt, den du so hinschreibst. Aber das ist wie ein kleiner Drogenrausch, ein legaler, und dann hast du wieder Entzug. Dann geht es wieder nicht mehr weiter. Wenn dir drei Tage nichts einfällt, bist du wieder verzweifelt und dann kommt wieder eine Hochphase. Aber ich mag das sehr gern, das Schreiben. Cool. Was ist der Unterschied, es ist jetzt deine zweite Regiearbeit dabei inkludiert, gell? Was ist für dich der Unterschied, wenn du dein eigenes Buch verfilmst? Im Gegensatz zu, du spielst für ein fremdes Drehbuch einfach die Hauptrolle zum Beispiel. Ist da emotional auch ein Riesenunterschied? Nein, nein. Wenn ich wirklich eine Rolle übernehme, eine Hauptrolle vor allem, dann muss ich mir das so herholen, wie wenn es ein Buch von mir wäre. Das ist ein anderer Ort von Arbeit. Da gehst du halt von einem neuen Text aus und versuchst dir den irgendwie so nah herzuhören, als er es denn selber geschrieben hat. Der muss dich aber dann schon beim Drehbuch die Figur so gefixt haben. Genau. Sonst mache ich es nicht. Und das Gute ist, dass ich heute Kabarettist bin und muss nicht leben dürfen. Darum kann ich wirklich bei so Rollen immer alle paar Jahre, wenn so etwas daherkommt, kann ich sagen, das mache ich und den Rest brauche ich dann nicht mehr. Aber emotional denke ich, man würde es ja schon einen Unterschied machen, wenn du jetzt, sagen wir, eine Geschichte schreibst in der Hoffnung, dass man die filmisch, dass die aufgeht. Weil es ist ja doch dann dein Gedankengut, deine Erfindung. Ist ja wahrscheinlich emotional schon ein bisschen ein Unterschied zu einer Fremdkomposition. Das Komische ist, dass die Emotionen irgendwann zurücktreten vor der Angst, dass das ein Schaß wird. Und eine Emotion ist Angst und das andere ist, dass du einfach so im Moment bist, weil du jeden Tag eine Szene drehst und du kannst es nur an dem Tag gut machen. Jetzt bist du so konzentriert auf Details und auf die heutige Szene, aber natürlich auch, was war davor? Hau mir das schon dran, passt das, du musst die Emotion weitertragen, weil du drehst die Sachen oft so auseinanderliegen. Eine Szene, die im Film gleich hintereinander ist, ist aus irgendwelchen Schauplatzgründen zwei Wochen später. Also du bist so beschäftigt mit der Arbeit vom heutigen Puzzleteil, dass du jetzt nicht so dieses Grund, diese Grundbegeisterung für ein Projekt, dass du jeden Tag gerne aufstellst und sagst, ich möchte das machen, die musst du sowieso haben. Also zumindest mache ich nur so Projekte, wo ich wirklich denke, die Challenge ist jetzt wirklich, weiß ich nicht, was zu spielen, was du nicht selber gemacht hast, aber du willst das Ganze zu dir holen. Das heißt, im Schnitt dann wird wahrscheinlich das Gesamtbild der einzelnen Puzzleteile erst wieder dann erstmalig sichtbar sozusagen. Genau, aber es ist ein bisschen wie schürfen, weil du, also bei mir ist es so, nach Andrea, nach den Drehwetten, habe ich mir gedacht, das war wirklich der letzte Scheißdreck, den du da gemacht hast. Weil ich habe nur gespeichert gehabt, was ist alles schiefgegangen. Welche Szenen können wir gar nicht verwenden, weil es schon beim Anschauen, man hat sogenannte Muster, die man anschaut, immer, das hat mir überhaupt nicht gefallen. Und es war auch stressiger wie Wilde Maus, weil wir so viele Schauplätze abklappen haben müssen. Und dann habe ich mir gedacht, jetzt hat es die endlich einmal richtig auf die Backen gehabt. Und dann im Schnitt plötzlich kommt man drauf, ja, es ist gar nicht so schlecht und die Föller kann man irgendwie so elegant vermeiden. Da kann man immer dummschneiden um die und plötzlich gefällt einem dann wieder. Und plötzlich entdeckt man auch Sachen, die einem gar nicht aufgefallen sind. Das meine ich mit Schürfen, dass man so irgendwie das ganze Material anschaut und auch manchmal sagt, was war, wann die Szene dort war. Dass man wieder vom Drehbuch weggeht und noch einmal die Geschichten leicht erzählt und ein paar Veränderungen vornimmt. Kann man die Geschichte mit bestehendem Material, das ist ja dann schon abgedreht, da kann man ja nichts mehr neu drehen. Kann man das noch? Man kann das. Und das ist ja der Grund, warum manchmal, zum Beispiel, wenn man ganz genau schaut, dann sagen manche Leute, auch bei ganz großen Filmen, das Kostüm ist komisch, das passt ja gar nicht. Das sind dann oft, das ist nicht, weil sie da reagiert hat, die da irrt sich kaum wäre, weil da gibt es zwei Leute, die das total kontrollieren, dass das zusammenpasst. Aber das ist dann oft, dass man sagt, wenn die Szene da ist, hat es mehr Kraft. Und dann denkt man sich, wenn der Film gut ist, dann schauen sie nicht so genau aufs Kostüm und dann macht man das. Tut man beim Drehen auch schon unterschiedliche Möglichkeiten des Handlungsstranges mit, auch da schon mit einprogrammieren? Ja, ich glaube, man soll ruhig ein bisschen verschiedene Temperamente und Geschwindigkeiten probieren von einer Szene, weil man ist beim Schneiden dann dankbar, weil man ein bisschen Möglichkeit hat. Hast du den Cast schon im Schädel, wenn die Geschichte entsteht? Wenn ich schreibe, ja. Also es kommt langsam. Zuerst war die Birgit im Kopf und ich bin meiner Figur. Eigentlich, der Hauptcast kommt beim Schreiben und man hofft dann, dass die ja sagen. Und wenn sie nicht ja sagen, muss man sich etwas überlegen. Aber bei Andrea haben, glaube ich, schon alle ja gesagt. Tust du da zum Beispiel auch so marketingtechnische Überlegungen anstellen, dass man jetzt sagt, okay, man tut nicht immer auf die üblichen Verdächtigen, auch wenn sie gut sind. Aber es gibt ja vielleicht präsentere und unpräsentere Schauspielerinnen und Schauspieler. Ich meine, die präsenteren Schauspieler haben halt den Vorteil, dass sie präsent sind, auch bei mir im Kopf. Und man würde aber nie etwas besetzen, nur weil das ein Name ist. Das ist schon gar nicht. Sondern man denkt sich, das kommt der oder die spüren. Und dann hat man plötzlich die im Kopf und dann schreibt man auch in die Richtung. Weil plötzlich die Figur für einen selber beim Schreiben plastisch ist. Da musst du es natürlich gut kennen. Es ist Arbeit mit Freunden. Also wenn ich so alle sieben Jahre einen Film mache, dann ist es handgeschnitzte Arbeit mit Freunden. Die Birgit Minichmeyer, ich kenne sie nicht persönlich, aber ich finde die ja extrem starke Persönlichkeit. Also das ist meine Interpretation. Ist sie. Sehr präsente Persönlichkeit. Ist sie. Was ich mich gefragt habe, ist es dann beim Drehen so, dass wenn eine Schauspielerin, Schauspieler sehr starke Persönlichkeit ist, dass die dann auch Einfluss auf die Geschichte nehmen kann? Ja, hoffentlich. Ja, ist das so? Ja, klar. Weil ich glaube, da gibt es ja dann Ego-Befindlichkeiten, wenn Regisseure zum Beispiel das gar nicht zulassen wollen, weil sie es nicht aushalten. Das kann ja dann zu Konflikten führen wahrscheinlich auch. Ich bin so ein frisch gelernter Regisseur, ich brauche das. Ich brauche alle Leute, dass mir helfen. Ist das jetzt keine Gitterie? Nein. Okay. Also wenn du mich fragst, ob ich beim Kabarett Hilfe brauche, sage ich nein, das mache ich seit ich 20 bin. Da lasse ich auch zum Beispiel viel weniger die Leute vorher was lesen. Aber beim Film, das ist sowas, wenn du mit Mitte 50 das erste Mal einen Film machst, so mit Letztverantwortung, brauchst du das. Und gerade, wenn so wie die Birgit die Hauptrollen spielt, dann ist ganz klar, du hast nur eine Chance, wirklich die Qualitäten zu entwickeln, wenn du das miteinander machst. Und das war vor dem Drehbuch, vor dem Dreh, schon beim Drehbuch so, dass sie dann ihre Meinung gesagt hat und wir in einem Austausch waren und ich dann geschaut habe, dass das Drehbuch, das ich schon mit ihr im Kopf geschrieben habe, nur einmal einen Schritt macht. Und zweitens, sie ist ja so gut, sie sagt ja sofort, du Josef, der eine Satz, der papiert. Das glaube ich nicht. Und da denkst du dir, ja, verdammt, sie hat recht. Wir haben bei einer Szene einen ganzen Dialog weggeschmissen am Set. Wir haben ihn gespielt und dann, das haut nicht hin. Und da gibt es dann Schauspieler, die sagen, nein, spielen wir ihn ein bisschen geschwinder, dann geht es schon. Aber die Birgit ist nicht so. Die Birgit sagt, Josef, das passt nicht. Und dann haben wir einfach die Szene gespielt, ohne diesen Text. Und das ist eine super Szene geworden. Und alle am Set haben gesagt, das war so lustig, der Dialog war so lustig, warum spielen wir den nicht? Aber die Birgit ist so ein Seismograph. Und das merkst du halt dann beim Film auch, weil du gehst da mit ihr durch und sie hat so eine, weiß ich nicht, so eine Intensität. Bist du jemand, ich bin nämlich vollintensiv auf das bedacht, wenn ich mir einen Film anschaue, dann muss ich dem Schauspieler oder der Schauspielerin die Rolle zu 100, wenn nicht zu 150 Prozent abkaufen. Also das muss für mich authentisch sein. Und ich habe da über die Jahre jetzt extreme, ein bisschen ein Problem entwickelt, dass man das manchmal nicht glaubt, was da dargestellt wird. Ich genauso. Und ist es oft der dritte Teil, der sogenannte dritte Akt, wo ich mir denke, was ist jetzt mit denen, warum müssen sie jetzt plötzlich da noch mehr Ene prüfern? Und ich glaube auf einmal die Leute nicht mehr. Geht dir das so? Mir geht es so. Ist das ein Budgetproblem, glaubst du, heute? Weil man hört ja immer, überall werden die Budgets gekürzt und wir haben nicht mehr viel Zeit gehabt. Nein, nein, nein. Das ist ja oft, der dritte Teil wird ja oft am Anfang getratet. Das ist ja alles nicht chronologisch getratet. Also du meinst die dritte Folge, wenn es ein Märkteil ist? Ja, oder zum Beispiel, es gibt ja so bei einem Film, bei einem 90-Minuten-Film hast du meistens drei Akte, wie bei einem Theaterstück. Ach so, okay. Das fällt nicht so auf, aber in Wirklichkeit gibt es da so Regeln, da gibt es ganz arge Bücher von Amerikanern meistens, die sind wie die Bibel, das ist der Plotpoint und der Midpoint und da muss das und das passieren. Und das ist, ja, das ist mir zu biblisch. Also da bin ich zu wenig religiös für sowas. Aber andererseits, wenn ich manchmal nicht weiter weiß, dann lege ich aus Gaudi so eine Bibel drüber, so eine amerikanische, und dann komme ich manchmal auf eine Idee. Manchmal mache ich dann genau das Gegenteil, was da drinsteht, aber es geht irgendwie weiter. Aber wir wollen woanders. Bei der Glaubwürdigkeit. Aber ich hatte es bei dir jetzt, wenn du mit der schauspielerischen Leistung was zu tun oder inhaltlich, geschichtemäßig, wenn du das Gefühl hast, das glaube ich jetzt nicht. Bei mir ist es die schauspielerische Leistung. Ach so, nein. Bei mir ist es immer, wenn die Filme dann damit noch etwas Ärgeres passiert, auch für einen Schauwert, dass dann die Geschichte eine Wendung nimmt, wo ich sage, das nehme ich den Figuren nicht an. Also das ist im Drehbuch schon drinnen. Oder wenn so Regisseure plötzlich so anfangen, nachdem eine Zeit lang Menschen geschüttet haben, dann plötzlich geht es um den tieferen Sinn. und dann siehst du ein ganzes Drittel, wo du dir denkst, was ist jetzt? Und dann kommst du auf, ah, das soll das und das symbolisieren. Da kriege ich ja richtig ein, Hass ist übertrieben, aber... Ausschlag. Ja, wirklich. Da kriege ich einen, die Karin kommen aus. Weil man denkt, da wird so viel Geld ausgegeben, und es sind so gute Schauspieler oft. Und dann plötzlich ist das dann wurscht, weil da geht es um irgendeine These, die verfilmt werden soll. Ist das auch, hat das was mit Aufmerksamkeit erregend dann manchmal, dass man irgendwas nur einbragt? Ja, alle möglichen Gründe. Ja, aber es ist auch schwierig. Es ist schwierig, ein Film, dass am Anfang, dass du in die kommst, dass er in der Mitte nicht fad wird, und dass am Schluss du was findest, was glaubwürdig ist, und die Leute im Kino sagen, okay, so kann ich die Hauptfigur, mit der ich die ganze Zeit mitgegangen bin, so kann ich es entlassen. Das sind die drei Teile, die so schwer, diese Schwierigkeiten haben, die ich gerade gesagt habe. Andrea lässt sich scheiden, wie ich es gesehen habe, hat mich in zwei, drei Ebenen total wirklich getriggert. Und die erste, die mir am intensivsten in Erinnerung geblieben ist, ist diese, das ist jetzt vielleicht Spoiler-Alarm, aber ich glaube es gar nicht, und der Film spielt mit einer Angst, die vielleicht ganz viele Menschen in sich tragen, dass man was angestellt hat. Und zwar nicht aus, wenn man was Bases oder was Bases anstellen will, es ist einfach passiert. Sondern es passiert dann. Genau. Und man kann, oder war jetzt, Entschuldigung, den Ausdruck der Eier, nicht in der Hose, dass man es weiß, es ist ein großes Ding, um was es da geht, kommt das aus dem Leben. Weil ich habe mich, ich muss sagen, ich habe mich unfassbar in einer Urangst da plötzlich berührt, gefühlt. Wirklich. Weil das ist so, kennst du das, ich habe das manchmal, du sitzt in der Kirche, das ist nur so in der Vorstellung, und man fängt zum Schreien an, und kann aber nicht anders. Und das ist, also das klingt jetzt vielleicht voll krank. Davor hast du Angst? Nein, nur so, also einfach so Sachen, wo du nicht auskannst. Ja, aber das ist bei mir zum Beispiel, mein Traum in der Hinsicht, ich habe so einen Traum. Und das ist tatsächlich, ich bin auf der Bühne, und kann in Text nicht, und immer mehr Leid gingen. Ja. Das traue ich so alle eineinhalb Jahre, und ich komme nicht drauf, wie ich da wieder hin komme. und das ist wirklich ein Albtraum, ja. Man könnte da jetzt urlustig drüber machen, aber diese Träume, wenn es wahrscheinlich geht, die sind so intensiv in dem Moment, dass man aufwacht und völlig fertig ist. Und ich vermute, das ist ja auch so eine Art Versagensangst, keine Ahnung, wie man das jetzt deuten würde, gell? Ja. Nein, aber es ist so, die großen Tragödien passieren ja wegen einem blöden Zufall. Also, wie soll ich sagen, die ersten Dramen waren so, die alten Dramen im antiken Griechenland, da geht es darum, zwei Soldaten begegnen sich, der sagt, du weichst mir aus, der andere sagt, nein, ich weiche dir sicher nicht aus, na gut, dann müssen wir kämpfen, dann kämpfen sie. Nur aus einer Laune heraus, der eine bringt den anderen um, dann kommt er drauf, das ist sein Vater. Weißt du, weil sie sich schon lange nicht gesehen haben, und so blöder Zufall oder, weiß ich nicht, Romeo und Julia, ich glaube, sie schläft, er kommt, er glaubt, sie ist tot, bringt sie um, sie wacht auf, sie ist tot, bringt sie auch um. Es sind immer blöde Zufälle, wo das Drama herkommt. Und das ist eine Urangst, die jeden sofort mitnimmt, weil wir ja im Leben viel öfter erleben, dass aus einem blöden Zufall was passiert, was man immer gut machen kann, als dass wir so wie im amerikanischen Blockbuster ständig einen Supergegner haben, der uns vernichten will. Das passiert uns ja nicht meistens. ist nicht sehr aus der Realität, muss man sagen. Man hofft, dass es nie passiert. Wir sind jetzt gerade zum ersten Mal an dem Moment, wo ich am Anfang des Gesprächs gemahnt habe, eigentlich sollte man so ein Gespräch eher nach dem, den man dem Film gesehen hat, weil für manche ist es jetzt völlig, völlig unverständlich, was wir da herplappern, wenn man die Geschichte nicht kennt. Aber es ist eben diese, es ist was passiert, was wirklich irrtümlich passiert ist, wobei nicht ganz, weil es war auch ein, sagen wir jetzt nicht im Spiel, wurscht. Ja, also. Nein, ich wollte einfach, dass einmal was anderes passiert und dann muss man schauen, was ist dann noch lustig. Ich wollte mir quasi so wie Läufer, Bleigewichte, so Gewichte nehmen, und dann schauen, was haben sie noch drauf. Ich wollte dir einmal sagen, dass was lustig wird, das ist eh meistens bei mir, aber jetzt wollte ich mir es einmal, ein bisschen schwerer machen und sagen, was für eine Art von Komödie geht noch, wenn was passiert ist. Und das Schöne ist wirklich, dass das, glaube ich, schon aufgeht, weil ich habe so Screenings erlebt, wo die Leute drinnen sitzen und lachen so und denken sich, und du merkst, es ist so ein erstauntes Lachen, es ist so ein, das ist lustig, oder da darf man lachen drüber. Und das hat mir sehr gut gefallen. Bei Ihnen wird mir gerade bewusst, war es genau umgekehrt, da war quasi das Arge dann zum Schluss. Das ist bei mir wirklich echt so, diese Stelle, wo ich meistens dann fast nicht mehr weiterschauen kann, weil natürlich das alles man, wenn man weiß, was da passiert ist, da die Szene, wo er da am Strommasten sieht. Du musst dir immer denken, Hodenkrebs ist der harmloseste Krebs, der Hodenkrebs hat. Ja, egal. Wird fast immer geheilt, weil er liegt außerhalb vom Körper und wird nicht so durchblutet. In dem Fall ist es ja leider schief gegangen. Dr. Harder. Aber es ist extrem selten, dass das schief geht. Aber da war es jetzt umgekehrt quasi, da ist das Arge erst zum Schluss gekommen. Und da, weiß ich nicht, das kann man, glaube ich, verraten, kommt die Überraschung doch eher schon früher, mit einem lustigerweise Thomas Stipsitz, der in seiner Paraderolle beginnt, aber wo sie sich dann auch total unerwartet haben. Die findest du nicht auch, diese Szene zwischen Thomas und Birgit im Auto, das kann man schon verraten, dass der Thomas da so gnadenlos, dramatisch und gut ist, oder? Es ist eine total ungewohnte Rolle für ihn. Weil er hat ja auch, sagen wir jetzt einmal so eine, ich will jetzt nicht sagen, so eine Paraderolle oder so eine Art von Filmen, die ja großartig sind, aber man kennt den Thomas Stipsitz auch so aus einem gewohnten Kontext irgendwie. Darum habe ich mir auch gedacht, soll ich ihm das anbieten oder nicht? Das sagt er mir dann, das spült sich nicht oder so. Und dann habe ich mir gedacht, wie mache ich das? Und dann war er aber an der Bar vom Stadtsaal und wir haben ein Bier getrunken und dann war es leichter. Habe ich es ihm vorgeschlagen und er hat gesagt, ah, ich will ja sofort lesen. Gut, man muss jetzt das sagen, jetzt aus meiner Perspektive, blöd waren wir, wenn man jetzt einen Josef Harder-Filmangebot hat. Naja, wenn die Rolle nicht passt, so ist es schon, muss man es auch machen. Ich glaube, dass auch wenn die Rolle nicht so passt, fast jeder Schauspieler, der ein bisschen was im Hirn hat, Josef Harder-Rolle nicht hat. Wenn er wirklich was im Hirn hat, nimmt er es nicht an, wenn er sich denkt, das ist nicht richtig meins. Ja, ich tue es jetzt eh wieder. Aber ich finde schon, du hast schon den Stellenwert zu Recht, dass man wirklich sagt, hey, wenn der Josef Harder-Film... Ich habe sogar mal lustigerweise mit der Hesl Brugger, scherzhalber, sind wir auf die gekommen und die Hesl hat auch gesagt, also wenn der Josef mir ein Filmeangebot macht, dann... Oh, danke, super. Schon ein paar Jahre zurück geht es, aber große Feiererin auch. Ja, wir kennen uns, weil ich halt auch in der Schweiz spiele und eben wir sind uns schon mehrmals über den Weg geredet. Und ich war schon in einem ganzen Programm von mir und finde es großartig. Gute Comedy ist ja ganz was Tolles. Ja. Jetzt geht es beim Film darum, und das ist ja meistens die größte Hürde, dass man so viele Menschen wie möglich ins Kino lockt, im Westenfall, weil das wird ja dann immer in alles in Zahlen gemessen. Eine fürchterliche Geschichte in Wahrheit, denke ich mir, für einen Filmemacher. Ganz ehrlich, ich weiß nicht, wie ich sagen soll, ich... Das hat schon beim Kabarett so angefangen, wie ich sehr jung war, dass ich was gemacht habe, was mir gefällt und habe mir gedacht, hoffentlich gefällt es den anderen auch. Und ich habe mit der Methode immer... Und ich habe aber immer... Ich wollte nichts wiederholen. Also ich habe dann gesagt, okay, jetzt gehe ich weg. Zum Beispiel ganz am Anfang habe ich so voll politisch aktuelles Kabarett gemacht und irgendwann habe ich mir gedacht, wach, das nervt mich schon beim dritten Mal. Und dann gehe ich weg und dann habe ich gesagt, boah, auf einmal kommen da keine Politiker mehr vor. Und also die Leute waren auf eine interessante Art und Weise enttäuscht. Interessant deswegen, weil sie gesagt haben, es gefällt uns aber auch jetzt so, wie es ist. Es gefällt uns vielleicht sogar besser, wie es ist. Das heißt, irgendwie habe ich ziemlich früh begonnen, so immer was anders zu machen, weil mich das so gefordert hat beim Schreiben. Das war so spannend. Wenn du die hinsetzt und sagst, du magst jetzt nicht die Wiederholung von einem Kabarettprogramm mit André Schmäh, sondern du probierst das nur einmal ganz neig aufzuziehen. und dadurch, das hat den Nebeneffekt, dass du nicht vergleichbar bist, also dass die Leute nicht sagen, das ist so wie das letzte Mal, aber schlechter, was ja gern gesagt wird. Ja. Es ist bei mir immer ganz anders. Es ist immer ein bisschen eine Überraschungssähe. Und eine Überraschungssähe ist nicht so unter Druck, weil die Idee von einer Überraschungssähe ist ja, dass wieder ganz was anderes drin ist. Manchmal ist aber auch dasselbe drin, gell? Das ist aber in einer Überraschungssähe, das ist eine tiefe philosophische Frage jetzt, da brauchen wir jetzt mindestens eine Philosophie, ob es in einer Überraschungssähe eine Überraschung ist, wann überall dasselbe drinnen ist. Aber es gibt es ja manchmal nicht, dass man zusammen das Gleiche hat, wenn man viele Überraschungssähe hat. Ich war ganz, also in der Kindheit hat es das nicht gegeben und später habe ich das nur den Kindern geschenkt, aber da war nicht immer dasselbe drinnen. Ich habe aber nur sehr selten eine Überraschungssähe. Es ist ja nicht gesund. Nein, sagt man ja. Aber jetzt nochmal zurückkommen, ich glaube trotzdem, es gibt eine gewisse Erwartungshaltung von rundherum, von ganz vielen, die da natürlich vom Filmverleiher über was weiß ich, was da nicht alles mitspielt, dann doch im besten Fall gute Zahlen im Kino zu... Du kannst doch nichts mehr machen. Also ich bin ganz nicht nervös, bei einer Premiere, was ich nicht jetzt am Sonntag in Berlin bei der sogenannten Weltprimär und du denkst, ich habe eh schon zwei Screenings gesehen, ich bin gespannt, wie die Leute das mal reagieren. In Deutschland reagieren sie eigentlich sehr gut, immer in Berlin vor allem, das ist ein gutes Publikum. Und du sitzt drinnen, aber letztendlich sitzt drinnen wie ein Fußballtrainer, der nicht eine Spielsicht, sondern eine Aufzeichnung von einem Spiel. Also du kannst nichts mehr tun. Das heißt, das muss man dann loslassen, weil sonst wird man narrisch. Ich bin dann eigentlich ganz entspannt, wenn es einmal so ist. Und ich bin jetzt nicht unzufrieden mit dem Film, das heißt, mir gefällt er und ein paar wichtigen Leuten, für mich wichtigen Menschen, auf deren Meinung ich Wert lege, denen gefällt er. Gute Basis gelegt sozusagen. Und die Zahlen sind dann ein bisschen zahlnäher. Was tust du beobachten, zum Beispiel, weil mich interessiert das sehr oft, wenn was wirklich aufgeht, zum Beispiel im Kino, kann man da ein Muster beobachten, dass man merkt, okay, scheinbar liegt es an dem oder dem, dass was funktioniert. Man kann nur, man kann, also ich beobachte immer das Muster, aha, jetzt haben sie dieses Muster verwendet, aber es geht nicht auf. Okay, also wenn es in die andere Richtung geht. Ja. Sie haben alle Schmess probiert und alle Tricks quasi. Ich finde doch, wenn du so Filme anschaust, sehr oft, habe ich das Gefühl, das ist am Reißbrett entworfen und soll ich ungefähr das nachmachen. Da hat es schon einmal einen erfolgreichen Film gegeben und den macht er ein bisschen nach. So was sehe ich für öfter. Also ich sehe es eigentlich nicht, weil ich sehe einen Trailer und sage mir, das schaue ich mir nicht an. Aber es geht eher um so Erfolgsrezepte, die wiederholt werden und es gibt eigentlich, mit Ausnahme, glaube ich, vom Paten Teil 2, das ist ja interessant, gibt es irgendwas, wo ein zweiter Teil besser war wie ein erster? Gibt es das? Manchmal gibt es das, aber es ist das selten. Gut, das ist die Frage, wie man es definiert, besser oder zahlenmäßig erfolgreicher. Nein, 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 interessanter, spannender. Puh, gut, das liegt natürlich sehr viel im Auge des Zusehers und das Betrachtens. Meistens ist es ein Abklatsch. Ja. Ich meine, da würden... Es gibt jetzt Beispiele, die dagegen sprechen, sage ich. Also außer der Paten gibt es sicher noch was anderes. Weiß ich nicht, wie ist Matrix 2? Nicht so gut wie Matrix 1, oder? Weiß ich, weiß ich da nicht jetzt. Ich habe beide gesehen, mit meinem Sohn damals. Zu Matrix kann ich es nur sagen, ich habe mich irgendwann immer weniger ausgekennt, einfach weil es schon so kompliziert worden ist. Das kann ich über Matrix sein. Teil 2. French Connection ist Teil 2 ganz schlecht, ist Teil 1 viel besser. Das ist mein Lieblingsfilm aus meiner Jugend. Geht's denn? Ja. Ja. Aber das heißt, die persönliche Note und nicht am Reißbrett entworfene Erfolgsmodelle sind wahrscheinlich eher das, was funktioniert, was... Naja, ich mache ja so hangschnittste Filme, aber Filme werden ja oft viel ganz anders gemacht. Die werden nicht so gemacht, dass da irgendeine Frau oder Mann am Anfang sagt, ich schreibe was und habe eine Idee, sondern da sitzen dann Entwickler beieinander, die sagen, wie könnte man... Und das ist dann so ein Produkt von so taktischen Menschen. Das kann man eh machen, aber ich muss nicht reingehen. Das ist wie in der Musikwelt, das ist auch für mich manchmal so. Es gibt Firmen, die Hits am Schreibtisch, am Fließband schreiben und die du dann kaufen kannst für Sänger, wo man sagt, okay, das könnte zu dem oder der passen und die kaufen den Song dann. Und die Hits werden natürlich nach gewissen Erfolgsparametern, die man über die Erfahrungen hat, man gesammelt, die da geschrieben werden. Die werden wirklich quasi entworfen am Reißbrett und es gibt Firmen, die haben sich darauf spezialisiert, dass du dort quasi Hits kaufen kannst. Es sind oft dann auch Adressen, die schon Referenzen haben, dass da wirklich Hits daraus geworden sind. Das ist ja Wahnsinn, nicht? Wir haben einen italienischen Hit, wo wir aber keine Rechte gekriegt haben. Und da gehst du dann zu Leuten, die komponieren, was anderes, was circa so klingt. Echt? Nein, das ist aber genau das, das schlägt genau in die Kerbe. Und das ist ja ein gutes Lied eigentlich. Aber es ist halt nicht das Original. Da habt ihr die Rechte quasi nicht gekriegt. Nein, das war Andrea von Fabrizio de André. Der Hit, das ist eine super Geschichte, 70er Jahr, der Sommerhit wird entdeckt und bei dem kommen so Mandolinen vor. Und plötzlich wird das ein Hit. Andrea wird der Hit des Sommers, sage ich mal, 78, und keiner kein Italienisch. Weil wenn wer Italienisch kennt, dann wissert man, das ist das Lied über einen Mann und nicht über eine Frau, weil das ja ein Männername ist, Andrea in Italien. Und es geht um eine ganz tragische Geschichte zwischen zwei Männern im Ersten Weltkrieg. Und das wird dann der Sommerhit. Und ich finde das super, weil heutzutage werden Sommerhits so produziert und damals sind es einfach zufällig entstanden, wenn ein paar so Gitarren waren und es war eingängig, dann hat das funktioniert. Und Italienisch klingt gleich einmal nach Sommer und Hit irgendwie. Und ich bin, das ist, wie gesagt, ich bin gesessen bei uns in Nöchling im Wirtshaus, da war die Jukebox und da haben sie das gespielt und ich war natürlich der tiefen Überzeugung, es geht um einen Mann, der über seine Frau singt. Und du hättest das dann gern als Titelmelodie quasi gehabt? Nein, nicht Titel, aber an einer bestimmten Stelle an der Disco hätte ich das gern gehabt. An der Disco, okay, ja. Zum Tanzen. Wenn die Maria Hofstetter wirklich super tanzt, die tanzt, glaube ich, einen Kurzurlaub, oder? Ja. So, die ist in Spanien oder Italien und ich daneben total besoffen, so ein bisschen danebenhampe, hätte ich das nicht gern gehabt. Ja. Aber wir haben jetzt auch anders. Ja, auch ein sehr schönes Leben, das kann ich bestätigen. Okay, also, das heißt, ich habe jetzt den Foden verloren, heißt das? Das ist ein gutes Zeichen. Jetzt war ich mit dem Schädel gerade irgendwo schon bei deinem nächsten Thema. Die Disco ist die Disco aus meiner Jugend. Ich weiß schon wieder, da sind wir beim hervorragend gezeichneten Landleben. Du hast mir beim letzten Gespräch gesagt, man muss ja da immer gleich vorsichtig sein, weil er gleich ein Bashing eingesetzt hat. Ja, ja. Auf Facebook, gell? die schauen sich eh dann nie an. Die DiPaschen schauen sich den Film eh nicht an. Also sozusagen, man muss erklären, die, die sich dann angegriffen gefühlt haben, okay, jetzt steht er uns wieder blöd da, quasi, das Landleben, oder war das in die Richtung? Ja, es funktioniert, diese Stadt-Land-Geschichte, wo die Leute, die es halt politisch auch gewünscht, dass man da hitzen kann, auf die, die in der Stadt, die in ihrer Blasen leben und keine Ahnung vom Land haben, die es auch wirklich ergibt und die vom Land und finden alle vom Land sind nur deppert und wenn dann ein Künstler einen Film macht über das Land, dann ist sofort dieser Reflex da, wann dieser Künstler ist, der in der Stadt lebt, dann wird er sicher einen Film gemacht haben, der zu ist. Das ist halt, das kriegst du nicht weg. Aber ich finde, also mein, ich habe so Leute jetzt, weiß ich nicht, für, 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 für die Pressearbeit, wenn du Journalisten triffst, aber auch, wenn du mit Leuten trittst, die den Film gesehen haben, nach diesen zwei Screenings, die, die vom Land kommen, die haben fast noch mehr Spaß, weil sie so bestimmte Dinge, also die sagen wir dann, das ist so typisch und das ist so typisch. Also die, die merken manchmal das, wo man was erwischt hat, was können. Ja, da hat jeder seine Sachen, wo man sich anders angetriggert fühlt. Ich habe mich mit dem ländlichen Arzt, im sehr positiven Sinne total angetriggert gefühlt, komme aus dem Waldviertel und ich finde, du hast das wirklich aus der Realität gezeichnet. Nicht überzeichnet. Ja, genau. Sondern, also, ja, und die Leute mit, 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 die Stecken vorbeigängen und sagen, mein Beileid. Mein Beileid, ja. So, das mag ich. Wahnsinnszene, ja. Oder wenn der Mann fragt, nachdem gerade, wer schon nur erst im Krankenhaus liegt und halt schwer krank ist, ob das Haus noch zum Haben ist. Ja, wahnsinnig. Das sind einfach nette Details, die stimmen auch und deswegen sind sie nicht, die Leute sind ja am Land nicht besser, aber sie sind direkter oft und das ist, das kann man auch gut finden. Das ist, ich persönlich habe es nicht so ausgeheult in der Kindheit und Jugend, die haben mir gedacht, boah, das ist mir ein bisschen zu, zu arg, aber im Grund ist es ehrlicher und im Grund muss man sagen, dass die Leute am Land so, sie mehr miteinander beschäftigen, also auch mit Leuten, die nicht derselben Meinung sind, weil wir ja in der Stadt, wir haben ja generell das Problem der Blasen, jeder ist in seiner Blasen, jeder schreibt Mails, schreibt Postings für Leute, die tausend Kilometer entfernt sind, entweder weil sie derselben Meinung sind oder weil sie nicht seiner Meinung sind und am Land gibt es wirklich noch einen Staumtisch und oft ist er in einer Tankstelle inzwischen und man ist mehr konfrontiert. Im Internet tut natürlich dann der Algorithmus auch noch das Seinige dazu, dass man quasi auch in seiner Blase gehalten wird, dass sie einmal die zum Lesen kriegen, die das eh lesen wollen. Und am Land ist es so, dass du halt Leute triffst, die haben eine Meinung und du hast eine andere und dann redest man dann drüber, manchmal denkt man sich ja, boah, jetzt mag ich mich gerade nicht zerstreiten, dann gibt man aber auch nicht recht, sondern dann sagt man ja, 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 so auf die Art kann schon sein und wechselt das Thema, das gibt es auch. Weil du jetzt gerade viele Interviews gibst, da wird da viel die Gelegenheit genützt, quasi, dass man abseits des Films jetzt viel über politisches Alltagsgeschehen von dir was hören will? oder wie? Ja, sie tun es gern. Der Kabarettist, der quasi für alles Prognosen erstellen soll, wie sich die Gesellschaft entwickelt und was. Ich meine, wenn das alle paar Jahre ist und man sagt zu dem oder dem eine Meinung, die man sich überlegt hat, das passt eh. Das ist, finde ich, eine Aufgabe, wenn man die Kabarett macht, finde ich, kann man schon was sagen, dort und da, wo und was wirklich wichtig ist. Das finde ich immer jetzt für mich ideal, dass ich das nicht dauernd mache, dass ich nicht überall dauernd kommentiere und in jeder Runde sitzt, die irgendwas kommentiert, sondern dass ich hier und da, wenn sie mich fragen, was sage. Magst du das eigentlich grundlegend, weil ich denke mal, in so einer Filmwerbezeit, da kommt ja wirklich geballt in kürzester Zeit, in ein paar Tagen oder zwei Wochen, unfassbare Flut an Interviews. Wenn der Josef Hader einen Film rausbringt, ist dir ein unglaubliches Interesse da. Erzählst du da von vorn bis hinten, vom ersten bis zum letzten Interview, zumindest versucht, in der gleichen Leidenschaft? Nein, es ist nicht die gleiche, die Leidenschaft ist so, die Leidenschaft ist prägnanter zu werden, weil am Anfang sucht man selber nur noch die Antworten und wenn ich noch was suche, dann passiert es oft, dass ich irrsinnig viel herumrede und man denkt sich, die ersten drei Sets hätten eh passt, du musst nicht die nächsten fünf anderen dazu sein und im Lauf der Zeit wird man ein bisschen knackiger und man hat sich selber schon mehr damit beschäftigt, was die eigene Meinung ist zu der Frage. Weil man ja, das ist ja das Arge beim Film, das hat man letztens die Kathi Strasser wieder erzählt, die Dreharbeiten teilweise ein Jahr zurückliegen und man dann, wenn der Film präsentiert wird, sich erst wieder voll in euch reindenken muss, ich meine, das ist vielleicht, wenn man Regie geführt hat, was anderes, wenn man dann beim Schnitt dann oder bei Schnitt, aber oft die Schauspieler haben dann ein Jahr ganz was anderes gemacht und messen dann erst wieder sozusagen zurück in den Film, in die Handlung, in die Rolle, um die Interviews dann führen zu können. Ja, und auch den ganzen Film anschauen, weil du hast ja so das Bild als Cast, also wenn du deine Rollen spielst, du kannst nicht den Überblick über den ganzen Film machen, das ist auch nicht dein Job in dem Moment, dein Beruf ist, dass du dich wirklich auf die Figur konzentrierst, die du spielst. Theoretisch messert man aber im Optimalfall eigentlich über das Gesamte, um die Rolle perfekt anzupassen und das, was rundherum passiert, theoretisch messert man im perfektesten Fall ja auch, ich schon vorher kennen oder sie vorstellen können. Es ist ja so, dass es eine Leseprobe gibt, wo alle miteinander noch einmal lesen. Also ich mache es so, dass ich vorher die Leute einzeln triefe und lese mit denen auch viel und wir tun am Text nur ein bisschen umatum, weil es Vorschläge gibt und ich arbeite das ein schon bevor wir drehen und dann gibt es am Schluss noch mehr eine Leseprobe, da soll ich ein bisschen gespürt kriegen, was das Gesamte ist. Und dann sollen sie sich aber nicht mehr darum kümmern, glaube ich, dann sollen sie ganz auf einer Ding und auf einer Szene sein, weil dafür sind ja dann eh andere da, damit ich... und wichtig ist halt, dass du selber deine Geschichte nicht aus dem Auge verlierst, wenn du so die Regieverantwortung hast, ja. Aber alle anderen dürfen das. Voll der Aufwand. Ja. Aber das heißt, um noch einmal zu den Interviews zu kommen, da formuliert man quasi für sich, sage ich einmal, im besten Fall für jede Frage, die kommen kann oder schon gekommen ist, irgendwann seine Antworten. Es kommen nicht so viele gleiche. Okay, ist das so? Ja, alle glauben, es kommen immer dieselben Fragen, aber es kommen... Oder ich bin schon so alt und vergiss die Hälfte immer, aber ich habe den Eindruck, dass es nicht so ist, dass du jetzt da um ein Tum kommst und eine Frage nach der anderen. Ich weiß nicht, wie es jetzt auf der Belenalle ist, da kommen halt sehr viele auf einmal daher, aber jetzt so in Österreich ist das immer eigentlich manchmal interessanter, manchmal eine Spur weniger, aber es ist nie dasselbe. Hast du bei dir umgekehrt irgendwann das Gefühl, dass du den Schmoren schon fünfmal erzählt hast? Blöd, entschuldige. Nein, man probiert es ja auch ein bisschen anders oft. Es gibt ja immer bestimmte Aspekte, wo man sagt, und selber wird man auch, denkt man sich, vielleicht ist die Antwort, die ich jetzt zwei Tage gegeben habe, eigentlich ein bisschen oberflächlich. Eigentlich ist es... Man wird selber auch ein bisschen gescheiter durch die Fragen, dadurch, dass man öfter die Gelegenheit hat, eine Antwort zu geben. Ja gut, man muss sich jedes Mal auf eine neue Art und Weise damit auseinandersetzen, mehrfach pro Tag teilweise. Und das ist deswegen überhaupt nicht fad oder so, weil das ja die Ersten sind, die den Film gesehen haben. Und du bist total begierig, was die drüber denken. Auf Feedback. Ja, genau. Deswegen. Das heißt, das macht auch Spaß? Es macht auch Spaß, wenn es nicht zu viel an einem Tag ist. Wenn man dann einfach müde wird oder so, ja. Ist das ein... Findest du das als ein schönes Kompliment, dass wenn man ein Film rausbringt, dass sie die Medien um dich reißen, dass sie mit dir da ein Gespräch führen können? Kompliment ist ein falscher Ausdruck. Es ist einmal sehr hilfreich natürlich, wenn du einen Film bewerben willst. Ich finde, ein Kompliment wäre das, dass... viel Leid ins Kino gingen, weil sie sagen, bei dem kannst du dich verlassen. Das ist immer was Ordentliches. Der hat noch keinen Schmarrn gemacht. Das wäre ein Kompliment. Zum Beispiel. Das hast du schön formuliert. Ich wollte dir das beim letzten Gespräch sowieso sagen, dass ich der Meinung bin, dass du das schon längst erreicht hast. Du hast dich sehr dagegen gewehrt. Was habe ich erreicht? Den Status, dass Josef Ader für gute Filme bürgt? So einen Status erreicht man, glaube ich, nur dann, wenn man selber nie das Gefühl hat, man hat einen Status erreicht. Ich habe dir das genial bezeichnet und da hast du dir sehr schwer getan mit dem Ausdruck. gingen. Ja, ja. Wieder. Nein, aber du hast ja schon schön wieder was jetzt vorher für dich formuliert, dass du ein Kompliment finden würdest. Das ist ja schon eine Formulierung. Ja, Kompliment ist halt so etwas, das ist etwas Persönliches. Das ist nicht so ein Medieninteresse, weil Medien haben ein Interesse, weil ich sieben Jahre keinen Film gemacht habe. Das ergibt sich einfach dadurch, dass ich nicht dauernd überall umeinander rede und die Pappen offen habe und sage, ich bin so wichtig und da gibt es wieder was und so, sondern ich konzentriere das auf sehr, sehr, also auf große Intervalle und dann ist wirklich einmal ein Wirbel und dann bin ich schon wieder weg. Das ist für mich persönlich auch angenehm, aber auch für das Interesse, das man dadurch erweckt. Hast du auch manchmal, hast du da so das Gedanken in dir, dass man, wenn man es nur alle paar Jahre so in der Intensität betreibt, dass man die Leute auch nicht auf die Nerven geht? Stimmt, ja. Ich glaube, das ist auch immer so ein Gedanke, den viele oder Angst haben, dass man irgendwann die Leute einfach auf die Nerven geht, wenn man so überpräsent ist. Ich glaube, dass das ein gutes Rezept ist und ich glaube, ich habe es tatsächlich einmal in einer Zeitung gelesen, dass der Reinhard Fendrich das gesagt hat in einem Interview und ich habe mir gedacht, siehst du, das ist sehr gescheit. Es ist, aber es geht auch nicht nur, es geht auch darum, dass es mir jetzt nicht so ein großes Hochgefühl ist und ich fühle mich total wohl, wenn ich dauernd irgendwie mit Medien da mehr ausbraten kann. Das ist eher, gehört nicht so mein Lebensgefühl dazu, dass ich das dringend so brauche. Also ich halte so wirklich super aus, wenn ich einmal weg bin in der Zeit. Da unterscheidest du dich sicher, das haben wir auch im letzten Gespräch gehabt, von einigen anderen. Ich glaube, dass ganz, ganz viel unfassbar dankbar werden in der Präsenz. Ja, aber es ist halt so, es ist halt so, dass eigentlich alle, die, weiß ich nicht, eine Arbeit vorzuweisen haben und da gibt es tatsächlich viele, viele, die genauso ticken. Wenn, aber es gibt vielleicht so Leute, wo der Beruf ist, dass sie in den Medien sind. Das ist dann ein anderer Berufszweig. Kann man das aus einer gewissen Coolheit heraus auch romantisch sagen, weil man weiß, dass so ganz viel funktioniert hat im Leben? Sicher. Es ist, also man ist relativ entspannt, wenn man sich denkt, diese Methode, mit dieser Methode, dass du von dir selber ausgehst als Zuschauer, dass du schreibst und alles so magst, dass es dir selber gefällt und es hat sich immer Publikum gefunden, das gibt dann natürlich eine große Beruhigung. Und, ja, in Zahlen darf man nicht denken. weil wir noch vorhin noch kurz das gehabt haben mit den vielen Interviews jetzt, wo natürlich die Medien dann auch versuchen, irgendwelche Schlagzeilen rauszubringen, obwohl es eigentlich um einen Film geht und man will dann politisch irgendein Statement. Ist das unsere Clickbait-Mentalität, gerade mit der wir zu kämpfen haben sozusagen? Ja, ja, also das betrifft einerseits die Medien natürlich auch, die immer schlechte Nachrichten sind immer super und je mehr, je aufgeregter was alles bringen, umso mehr verdienen sie damit und je mehr und wir, wir regen uns auch gerne auf. Wir lassen uns von den Medien gerne aufregen und dann lassen wir uns gerne aufregen von Gemeinschaften im Internet, die derselben Meinung sind oder die ja ganz eine andere Meinung haben. wir lassen uns gerne aufregen wahrscheinlich, weil wir damit abgelenkt werden von anderen Dingen, die uns nicht so gefallen im Leben. Das frage ich mir manchmal schon ein bisschen in die Richtung erzogen worden mit dieser Schlagzeilen-Mentalität der letzten Jahre, dass selbst beim WDR muss immer schon der Jahrhundertsturm herhalten, dass man noch liest, was beim WDR-Bericht drinsteht. Also es ist ein Wettbewerb. Die Medien merken, boah, das Internet ist so eine große Konkurrenz, jetzt müssen wir auch noch ärger werden, weil das Internet so arg ist. Es ist so ein Wettbewerb, wo sich das immer hochschaukelt. Kommt man da noch retour, glaubst du? Die Weltgeschichte sagt ja, wenn einmal alles zusammenkracht. Nein, das war ein sehr dummer Witz jetzt von mir. Er hat eine gewisse Wahrheit, aber so kann man nicht antworten. Kann man schon. Ja, aber das ist... Es ist so, der Mensch ist ja immer ziemlich gleich. Der ist nicht besser oder schlechter wie vor 100 Jahren. Und die Lösung liegt nie in irgendeiner technischen Neuerung. Weil früher haben sie wirklich gedacht, wir ganz viele Leute lesen gelernt haben. Das war so vor 150 Jahren. Haben sie gedacht, so viele Menschen können ein Bücher lesen. es wird alles viel besser werden, weil wir alle viel gescheiter werden. Und wie ich jung war, habe ich mir gedacht, 70er Jahre, eine neue Zeit kommt. Wir können im Fernsehen sehen, was in anderen Erdteilen ist. Wir sehen das. Wir kriegen Informationen von überall auf der Welt. Wir werden plötzlich nicht mehr nur unseren eigenen egoistischen Blick haben auf das, wie es mir geht oder wie es in meinem Land das wird, das uns gut geht. Wir werden plötzlich ein Bewusstsein haben für die Menschen überall. Jetzt geht es los sozusagen. Und das ist überhaupt nicht so. Wir wissen viele Dinge, wie andere Menschen in anderen Erdteilen leben, damit wir büllige T-Shirts kaufen können. Das wissen wir alles, aber es interessiert uns nicht. Wir blenden es aus und wir haben leider diesen Tunnelblick auf und das heißt, man darf sich weder erwarten, dass die Lösung zu ihnen liegt, man darf aber auch nicht denken, die allein können uns auch nicht verderben. Weil letztendlich ist jeder Mensch ja hat einen klaren Blick auf seine Interessen, auf seine Umgebung und auf andere Menschen und ich denke mal, je mehr die Menschen miteinander zu tun haben, je mehr sie miteinander reden, je mehr sie sich wo treffen, umso besser und je mehr sie sich nur mehr in Blasen und im Internet miteinander Kontakt haben, umso schlechter. Das haben die sozialen Medien natürlich dann, ich glaube, das war der dritte Schritt, wo man geglaubt hat und jetzt öffnet sich sehr viel. Genau, jetzt wird alles super, wir werden kommunizieren können weltweit und dadurch, weiß ich nicht, lockerer. Hat auch nicht funktioniert. Ich habe fast das Gefühl, bei all den Vorteilen der sozialen Medien, dass eher mehr jetzt gerade mehr Unruhe stiften eigentlich. Das ist nur meine persönliche Wahrnehmung. Aber es ist voll traurig irgendwie. Ja, aber wie gesagt, was tun wir dann, wenn wir traurig sind über die sozialen Medien? Uns wieder an den Stammtisch setzen und persönlich reden, oder? Zum Beispiel. Genau. Oder was war dein Gedanke? Eigentlich mehr reden, hier und da eine andere Meinung aufhören und das Arge ist, nicht gleich eine Lösung haben, sondern einfach zuhören. Das habe ich schon gemerkt, zuhören ist ganz praktisch. Salbungsvolle Worte. Voll. Wir müssen weg jetzt vom Hochamt. Nein, ich habe mir gerade gedacht, es kommen wir wieder in Andrea Lest. Nein, nein, ich muss ja nicht immer wieder aufhören. Nein, ich habe mir gerade gedacht, dass das ein voll schöner, voll schöner, versöhnlicher Abschluss, aber was heißt versöhnlicher? Und die schnellen Lösungen, weg von den schnellen Lösungen. Irgendwer sagt uns, die sind schuld, deswegen geht es uns schlecht. Irgendwer sagt, die anderen sind total die Besen, wir sind total die Guten. Vorsicht, das hat seit der Religion immer, immer, immer schlecht geredet. Und das betrifft alle Seiten. Nicht die anderen verteifen und sagen, sondern immer wieder fragen, wo könnten sie recht haben? Die schnellen Lösungen sind der Hund. und wir mögen das so gern, wir mögen so gern. Also wenn wir, wenn es uns gerade schlecht geht oder wir glauben, es geht uns schlecht und es kommt einer und sagt, du, ich hätte eine Lösung für dich, du müsstest das vielleicht verändern und das verändern und auf lange Sicht vielleicht noch das, sagen wir, super. Wenn aber wer andere kommt und sagt, sagen wir, ja, eh, sagen wir da. Und wenn wer andere kommt und sagt, dir geht es schlecht, ich weiß genau, wer schuld ist. Die sind schuld. Genau die, die und zwar niemand anderer. das geht ähnlich wie Butter. Das ist einfach leichter. Jetzt müssen wir nur über ganz was Banales und Niedriges reden. Ich habe mir eine kurze Frage, Josef. Bei so vielen Interviews, wenn man dir jetzt zum Beispiel über Andrea lässt sich scheiden, einfach nur den Ball hinwirft und sagt, was ist das, was dir sofort einfällt zu dem Film, der dich jetzt die letzten zwei Jahre beschäftigt hat, dein Baby ist. Was ist das, was du als erstes erzählen würdest über das, über Andrea lässt sich scheiden? Es ist ein Film, der zwei Sachen versucht, gleichzeitig, nämlich, dass er die Probleme ernst nimmt in dem Film, die die Leute haben und trotzdem versucht, dem Ganzen eine komische Seiten abzuwinnen. Es ist kein Film, wo der Schmäh so im Vordergrund steht, dass die Probleme nur mehr so, weiß ich nicht, Dekoration sind. Kennst du ja diese Komödien, wo die Leute irgendwelche Probleme haben und du denkst dir, das ist kein Problem. So wie der Schmäh rennt. Kann das nicht so schlimm sein. Und dann landst du zurück und dann geht es nur mehr darum, wie gut sind die Schmäh. Und ich mag das so gern, so Filme, wo man so fierig kommt als Publikum und sich denkt, boah, da zittere ich mit. Und dann passiert trotzdem was Lustiges. Das wäre der Versuch. Betroffenheit, das Überwiegende, was übrig bleibt. Nein, übrig bleibt, glaube ich, eigentlich was sehr Schönes, dass jemand, das kann man schon verragen, sehr Autor hergibt für eine Kaffeemaschine. Das ist ein wichtiges Detail, das muss man sagen. Das ist eigentlich, so habe ich mir gedacht, so kann man gut aus dem Kino gehen. Hast du ja die eigene Rolle auf den Leib geschrieben? Klar, also es ist so, dass ich mir gedacht habe beim Schreiben immer, puh, wenn es schlecht gegründet war, das könnte so einer sein wie, also ich hätte mich so entwickeln können. Weißt du, ich wollte Lehrer werden und irgendwann hätte ich vielleicht ein paar schlechte Entscheidungen getroffen, irgendeine Beziehung in die Brüche gegangen, dann trinkst, du bist so irgendwie, keiner, du, ich bin auch zum Beispiel nicht so ein sozialer Mensch, der gerne unter das Leid geht, aber der Beruf bringt mit sich, dass ich dauernd unter Leid bin. Das heißt, ich habe das Glück gehabt, dass der Beruf so die Gegenseiten von mir fördert, die ich nicht so machen darf. Wenn ich so kennt, wie ich wollte, dann habe ich mich viel mehr eingrauben, Bücher lesen, mich verschließen, irgendwann vielleicht ansaufen, weil alles so traurig ist. Und irgendwie habe ich Gott sei Dank etwas gefunden, was mich rausgebringt aus dem. Und das ist ja der Mensch, der hat das nicht gefunden. Er hat aber etwas sehr Religiöses in sich, weil er will Buße tun. Ja, ja. Ich glaube, der ist froh, dass etwas passiert in seinem Leben, egal was. Auch wenn er jetzt schuld ist an etwas, er ist total schuld, er glaubt, dass er total schuld ist an etwas. Da muss man ganz einfach sagen, es ist ganz egoistisch, von ihrem gedacht, egal was da auf mich zukommt, Hauptsache es riert sich ähnlich wie der Wohl. Ja, ja. Drum lebt er eigentlich auf. Er darf wieder saufen. Er erlaubt sich selber, jetzt als trockener Alkoholiker, ich habe so ein schweres Problem, dass ich wieder zum Saufen anfangen kann. Das ist natürlich, für ihren denkt, dass er sich großartig gerade, im Moment. Hast du gerade das Gefühl, dass man mit solchen Andeutungen viel verrät, weil ich kenne den Film schon... Weil man die ganze Geschichte nicht verrät, ich glaube, das ist so. Erstens, man vergisst solche Details und zweitens, wenn man nicht die ganze Geschichte so von hin bis hin erzählt ist, das finde ich okay, oder? Ich weiß nicht. Nein, voll. Ja. Voll. Ich hoffe, wir haben Sie auf den Film aufmerksam gemacht. Das war ja quasi das... Schönste, was man... Abgesehen von einem guten Gespräch. Abgesehen von einem guten Gespräch. Wir erwähnen jetzt die... Wie sagt man? Die Daten? Die Daten. Die Daten der Kinopremieren. Ab 23. Februar in den österreichischen Kinos. Genau. Und in Deutschland dann auch irgendwann. Ab 4. April in den deutschen Kinos. Ab 11. April in den Schweizer Kinos. Jetzt haben wir Olli. Das war jetzt der PR-Joseph, der kurz durchge... Hey. Hey, people. Joseph, ich danke dir. Sehr gern. Ich hoffe echt, dass die Leute Spaß gefunden haben und jetzt Lust auf den Film haben. Das würde mich freuen, weil er ist wirklich toll. Er hat mich auf Filmebenen sehr berührt. Ja. Amen. Amen. Du hast mich zu lieb angeschaut. Kommt da noch was? Nein, er ist wirklich gut. Er ist gut. Josef, ich danke dir. Gerne geschenkt. Heute gebe ich ihm wieder einen Kuchen mit. Aber in ein Papier. Staniolpapier, wie wir gesagt haben früher. Leute, danke fürs Zuschauen. Geht ins Kino. Josef Hader braucht das Geld. Macht es gut. Bis bald. Ciao. Pa. Ciao. Ciao. Untertitelung des ZDF, 2020